Hallo, ich bin die Angelina. Ich mache die Ausbildung zur Kaufer im Gesundheitswesen und ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Also die Abteilung sind bei uns die Patientenverwaltung, die Abrechnung, die Aufnahme, der Empfang. Auch die Personalabteilung ist noch ein wichtiger Eckpunkt. Mir macht am meisten Spaß in meinem Job, dass die Mischung da ist zwischen Umgang mit Menschen und die Büroarbeit, da ich beides eigentlich machen wollte. Die schönsten Momente bisher waren, dass die Patienten nach so einer kurzen Zeit schon so ein Vertrauen zu mir aufgebaut haben, dass sie mir jetzt schon von ihren Urlaubsplänen erzählen oder von den Urlaubstagen, was sie schon hatten. Interessen wäre natürlich ganz wichtig, dass man ein sehr kommunikativer Typ ist, dass man gerne telefoniert, dass man gerne spricht mit Leuten, kommuniziert, um ihnen die Ängste zu nehmen vor dem Krankenhaus, um ihnen zu helfen, durch den Sozialversicherungsdschungel in Deutschland hindurch zu finden, um erfolgreich zu einer Reha zu kommen.